Hoffnungsfest Hi, wir sind jetzt hier gerade beim Hoffnungsfest-Treffen mit allen Mitarbeitern. Und hier in dieser Halle in Schönberg wird das Hoffnungsfest bald stattfinden. Als Moderationsteam werden wir euch immer wieder auch Einblicke geben in das, was hier so passiert. Und heute nehmen wir euch mit rein und dann könnt ihr gespannt sein, was an den einzelnen Abenden vom Hoffnungsfest alles passieren wird. Viel Spaß bei diesen Vlogs. Untertitelung des ZDF, 2020